Musik Organisiert wird diese Holy Spirit Night vom Gospel Forum, einer extrem konservativen christlichen Gemeinde. Musik Das entspricht dem Lebensgefühl von manchen psychisch Erkrankten auch, dass Stuttgart wie durch eine Käseglocke mit Dämonen überstülpt ist und man muss Stuttgart frei beten. Das entspricht dem Lebensgefühl von manchen psychisch Erkrankten auch, und das entspricht dem Lebensgefühl von der Stuttgart. Musik Musik Musik